Volltreffer Tupac, Shea, Mohamed Das Geräusch, jetzt nur ein Raum von Schein Michael Jackson, höchstpersönlich Mike Tyson, Ahmed Kaya Michael Jordan, B.I.G Mohamed Ali Shea Und Tupac natürlich Höchstpersönlich am Schein So Leute, nicht vergessen, nächste Woche Freitag Welleritzstraße Ab 16 Uhr Open Air, komplett Konzert Werden alles komplett abreißen Eskalation kommt, alle vorbei Ist umsonst